Er ist mitten auf der Landebahn und einer vor der Zellplats. Da waren Military Boots? Du musst deine Ansicht dranzoomen dafür. Ach da ist er, bei den Lampen. Ja, ein Stück weiter links noch einer. Genau, da ist auch noch einer bei den Hangars. Ich geh mal weiter, ne? Ja. Ich lauf gleich hier durch ins Gefängnis. Obwohl, Rucksäcke haben wir schon, ne? Ne, da hinten liegt doch, glaub ich, ein blauer. Keine Munition hier drin? Bin wohl auf der Suche, nur SKS Munition. Oh, hier ist schon die Tür offen. Ich bräuchte ein paar Military Boots. Ja, Hangar drinnen vorne, Wern. Ah, passt. Die anderen zwei nicht, oder was? Hier ist ne Wester. Okay, du wolltest doch ne Wester haben, ne? Wäre geil, ja. Welcher Hangar? Ne, ähm, den bring ich dir mit. Sollt ihr schon Gefängnis? Das Geile ist, ihr nehmt einfach die Westen, weil die haben ja nur sechs Plätze im Inventar, aber acht Lagerplätze. Also nehmt euch nur so viele Westen, wie ihr tragen könnt. Huah! Ich auch. Der Moki? Ich bin hier in der Scheune drin, zwischen den Hangars. Ich snipe mal kurz von hier, ob ich irgendwas sehe. Ja. Ein Zombie. Ich weiß doch immer noch nicht, welche Munition wäre. Was ist 5,56? Es wäre in der, ähm, die haben die Polizei drin. Gut, die 5,56 ist für das Maschinengewehr. Beim 4 und sowas, ne? Na toll. So Moki, wo bist du? Ich bin jetzt in der Polizei drin. Unten wo der blaue Backpack ist. Ich komm auch rein. Ja, ich steh vor dir. Ich komm auch rein, nicht erschrecken. Hm. Huah! Das ist der Hesley. Wollen wir gleich auf die andere Seite wechseln oder erstmal in die Zeit statt? Ja, ist ins Lager. Hier ist ne SKS oben, gell? Ja. Ich brauch nen Scope. Also ich seh nur, ich seh nur nen Zombie. Guck doch mal vorne in den Wald rein, ne? Ja, ich guck schon immer. Ich guck auch immer zurück. Ans AUZ und so. Ja nichts. Ja, flitzen wir durch'm Wald hier durch, ne? Ja, wie gesagt, letztens war einer im Wald da mit der Shotgun, hat uns angeschossen. Aber solange die Zombies ja ruhig rumstehen. Na, ich denk auch. Ne, wenn der noch nicht rumgeknallt hat, dann... ... passiert da nix. Mit Zombies. Na, die kommen auch irgendwann, ne? Ab und so kommen die auch, wenn du nicht nur falsch bewegst. Ja. Das wollten sie ja auch mal einführen, dass wenn du irgendwo rumliegst und sniperst, dass dir... ...irgendwelche Zombies einfach vor die Nase gesetzt werden. So, am Rand lang oder... ...einfach rein? Ne, warte mal, ich guck erstmal bei der Zeitstadt in den Wald rein. Da sieht aber soweit ganz sauber aus. Das, was man so wieder selbst klicken kann. Eins, ob wir der gleich losrennt vor... zu euch. Ja. Da links an den Blechhütten, ne? Ja. Zieh den mal. Ey Digga! Interessiert den ja herzlich wenig hier, da könnten nur drei Leute lang rein. Ja. Manchmal kommen die von ewig und manchmal... ...stehst du hinter denen und da passiert nischt. Hier ist ein Patching-Kit drin. Hm, hab ich schon. Rucksackpatchen? Ja, ich mach ihn jetzt trotzdem kaputt. Na ja, er rennt da gleich uns. Das ist 7-Jahr-Renter, ja. Hier ist ein Repeater-Gewehr. Auf dem Pick-Up. Jetzt kommt er. Ne, ist kaputt. Da oben liegt da deine Moni. Wo? Ach nee, ist keine S-Kreis. Es sah so aus, hat der Bär gefehlt. Ich renne jetzt von der anderen Seite in den Zeltstadt rein, ne? Nicht, dass du da jetzt auf mich schießkriegst. Quasi übers Feld. Ja. Ja, 22er. Brauch ich nen Chest-Hole da? Ne, ne, ne? Wenn du ne Wester hast, nicht. Dann nicht, ne. Du kannst nur entweder oder haben. Okay. Hier ist wieder ein großes Zelt. Irgendwie aufgestellt? Oder was? Ja, ne. Oder eingepackt. Military Zelt. Eingepackt, ja. Keine Beine, keine. Sonst ist ja der Meister eigentlich weg. Zombie. Military Boots Redpunk. Oh, Mocky hier ist dein pinkes Kleid. Danke. Oh Mann ey. Auf wen geht der Zombie jetzt? Auf mich. Er steckt mich in ner Baracke in ner Ecke. Und der kloppt durch die Wand durch? Ja. Hast du ihn? Ja. Wir dürfen uns jetzt hier nicht übern Haufen schießen. Wenn wir hier einzeln rumrennen. Ich hab jetzt äh... Ja, ich bin immer noch grün. SKS Muni glaub ich. 545er? SKS? Graue... Nee. Graue... Graue mit... goldenen... Spitzern? Wer ist denn grüner Rucksack mit Militärautfit? Aber... 39. Ich hab SKS. Wer ist denn der grüne Typ mit dem grünen Rucksack? Grüne Rucksack hat doch gar keiner von uns. Ich! Achso. Okay. Schreck mich, Frau. Ich bin kein Typ. Also ich brauch ein äh... Militäroberteil und ne Vesta am besten. Und nen Scope. Ich hab ne SKS packiert. Mit dem Bär. Äh... Schuhe wären geil. SKS Munition. Yeah! Ich hab Böhrenmilitary Schuhe. Ja, ich auch. Ist so gut. Wie willst du denn noch? Was beschwerst du dich denn? Macht gut. Ich kann ja nichts nehmen. Oh, hier ist ein Visier. Passt das noch bei mir? Nee. Goodie, brauchst du ein Visier? Ich hab ein Pristine Mosin-Kompensator. Nehm ich mal mit. Zweimal SKS Munition. Zwei ganze Pakete. Ich glaub ich hab auch SKS 9 Munition. Alter. Wer hat jetzt diese blöde Militärmütze? Ich bin das. Okay. Wiedererkennungswert. Pass mal auf hier. Oberst Gay. Warte, ist auf. Ja. Zweimal. Leg mal deinen Rucksack hin. Mein Rucksack. Ja, wenn der weg ist, den siehst du besser. Als so ne scheiß Munition oder irgendwas. Haben wir. So. Kompensator ist da. Äh, hier. Einer kann meine Summer Camouflage Hunter Pants haben. Äh, Military Pants. Cocker Pants. Was? Hat er nun. Was will ich denn mit deinen getragenen Hosen? Hast ja reingefurzt. Ja, willst du haben oder nicht? Näh. Hast ja reingesifft. Summer Camouflage. Ist ja ekelhaft. Will die einer? Ich will auch so ne Gorka Hose. Ey, wer ist das hier? Ne Weste. Ich bin das. Du bist das. Ich bin das. Du bist das. Okay, okay. Banane, ne? Banane. Ähm, achter Clip für Makarov. Eberwurst. Ja. Willst du noch einen? Hier ist ne Wester. Wern. Kann ich mitnehmen? Der Server hängt gerade von mir. Ja, der Server hängt gerade. Ja. Wasti, brauchst du Wester? Ja. Wenn du auch nehmen kannst, nehm ich sie mit. Server hängt gerade. Die Waffe kann ich dir geben. Die liegt da irgendwo in einem von den Zelten. Ja. Dann sag, wo du bist. Ich kann grad nix aufheben. Ja. Ich auch nicht. Bist du noch in der ersten Reihe? Oh, da läuft einer gerade. Die sind schon wieder zwei Stunden rum. Ne. Ne, glaub ich nicht. Hier ist ein Spawn Tortilla Backpack. Zeig mal Tortillas. Wo bist denn du Dennis? Dennis hat den Server kaputt gemacht. Ah. Ey, es ist keiner rausgeflogen aus dem Spiel. Hier sind, hier sind Schuhe. Eigentlich könnte sie jetzt schön rumlaufen und gucken, ob hier irgendwer ist. Noch mehr SKS Munition, wenn ich sie aufheben könnte. Ach komm schon Server, sei mal cool. Ja. Würde ich aufheben. Ja. Er fragt sich, ob der Zombie jetzt die ganze Zeit auf dich draufkloppt oder nicht, ne? Wenn er dich gesehen hat. Ja. Aber ich sehe euch auch nicht. Ich stehe jetzt neben einem Möppen. Ich stehe jetzt neben Jens, glaube ich. Und der läuft die ganze Zeit weiter. Ich habe so eine Gay-Military-Bizze auf der Sonne. Ja, ich stehe neben dir. Aber du siehst mich nicht, ne? Ich bin weitergelaufen. Ach so? Du stehst ja neben der Jacke. Ja, ich möchte hier auch gerne rumrennen, wenn der Zombie hier eigentlich... ...mich irgendwie hetzt hat. Neben der Gorka-Jacke? Ja. Ja, da steht auf jeden Fall keiner von dir. Oder kein... keiner steht hier drin. Ja, ich glaube, den können wir ja erstmal sein lassen. Ja. Wir haben's. Weil du weißt, wie viel Zeug wir jetzt gerade aufgesammelt haben. Ja. Ja. Ja, machen wir ja erstmal einen Cut und schauen mal, was der sauber macht. Ja. So. Auslogen? Blöd. Ja.